Jeden Tag werden wir konfrontiert mit Opfern, Kriegsopfern, Covid-Opfern, Impfopfern, Flüchtlingsopfern, Klimaopfern und vielen Opfern mehr. Es ist modern und in Mode, Opfer zu sein. Jeder will dazugehören zur Minderheit. MeToo, Black Lives Matter, perverse Transgender-Beraden, Geschlechterneutralen und Geschlechtsverwirrungen in allen Ecken und Enden, wo man hinschaut. Jeder will zu dieser Minderheit gehören und jeder will irgendwo ein Opfer sein. Nur kein Täter sein. Alles, bloß kein Täter. Dann bleibt man lieber in der Opferhaltung. Wenn man nicht linksradikal vom Klimawandel predigt, ist man gleich ein rechter Verschwörungstheoretiker. Wenn man nicht an und für sich für die Gleichstellung der 197 verschiedenen Geschlechter ist oder für eine kostenlose Umwandlung auf Kasse des eigenen Geschlechts, dann wird man gleich zum Hassprediger abgestempelt. Ja, wenn man das Pech hat, männlich, weiß, ungeimpft, erfolgreich und Haterer zu sein, ja, dann hat man es ganz schlimm erwischt. Dann ist man sicherlich einer der übeln Täter, die ins rechte Eck geschoben gehören. Opfer oder Täter, das ist das Narrativ, dem wir alle zugrunde legen. Opfer oder Täter, dazwischen hat nichts mehr Platz. Opfer oder Täter, rechts oder links, an und für sich so in schwarz und weiß ist die Welt irgendwo eingeteilt. Und heute in diesem Video wollen wir einen dritten Weg aufzeigen. Einen dritten Weg, der Schöpfer heißt. Einen dritten Weg, der Gewinner heißt. Einen dritten Weg, der Gestalter heißt. Deswegen das Video jetzt sofort teilen, bis zum Ende dranbleiben und dann kein Video mehr von Invest in Best verpassen. Die dritte Gruppe, ich habe es gesagt, ist der Schöpfer. Und da sollten wir uns ein Stück weit hinbesinnen. Aber wie in Österreich und vor allem in Deutschland ist es üblich und in der Bevölkerung weit verbreitet, von der Schuld zu sprechen. Ja, wie gesagt, die Erbschuld ist uns alle irgendwo von der Kirche in die Wiege gelegt worden. Ja, sie sind immer erzogen worden. In Deutschland und Österreich hat man dann spätestens in den 50er Jahren dank CIA-Propaganda und vielen anderen Maßnahmen noch eins draufgelegt und die Schuld so richtig tief in die Genetik reinfahren kann. Ja, die Epigenetik forscht bereits daran, was der normale Hausverstand einem schon sagt. Ja, wir in Europa oder wir vor allem in deutschem Sprachraum leiden unter dieser Schuld, die man tagtäglich gesagt und in der Schule schon beigebracht bekommen. Es ist in unserem Leben manifestiert worden. Und deswegen nur nicht wieder Täter sein. Nur nicht wieder Täter sein und deswegen alles über uns zu gehen lassen. Deswegen lieber in die Opferhaltung rein und dann wird schon alles gut werden. Nur kein Täter sein und das Klima retten. Nur kein Täter sein und sich brav impfen lassen. Nur kein Täter sein und alle Flüchtlinge, ganz egal wie radikal, aufnehmen. Nur kein Täter sein und nicht im gesunden Menschenverstand den Vorstufen Vortritt geben. So klein wir uns lieber alle in Regenbogenfarben und verabscheuen alles, was konservativ und irgendwo einem Selbstzweck dient. Und da muss man sagen, dann schauen wir in die Politik und dann sehen wir auf einmal von den Menschen, von den Medien und von der Politik, von der Wirtschaftsgrößen propagiert ganz andere Themen. Sie sagen uns, ja, wir sind Gewinner, wenn wir uns solidarisch verhalten. Sie sagen uns ganz klar, wenn wir Opfer bleiben, wenn wir in der linksradikalen, transgenderkonformen Ideologie drinnen bleiben, dann ist alles gut. Sie selber sind aber keine Opfer. Sie selber sind eher auf der anderen Seite zu finden. Oder wie kann es sonst sein, wenn ich die Frage stelle, wie viele Söhne der Abgeordneten in der Ukraine an der Front kämpfen? Keine. Wie kann es sein, dass kein einziger Sohn von Richtern, Bürgermeistern und Staatsanwälten in der Front in der Ukraine kämpft und stirbt? Wie kann es sein, dass Soldaten sprichwörtlich nur Bauernopfer sind, die so einer gewissen Gesellschaftsgruppe in der Ukraine als auch in Russland zählen? Und genauso kann ich die Frage stellen, wie viele Militärinsätze hat Joe Biden oder sein weissnäsiger Sohn Hunter Biden, wie viele Militärinsätze haben sie selber ausgefochten? Und wie viele Militärinsätze hat Joe Biden in seiner 50-jährigen Amtszeit unterzeichnet? Wie viele Tote hat Joe Biden durch seine Unterzeichnung dieser Militärinsätze zu verantworten im Irak, im Iran, in Sudan, in Libyen, in Syrien und in vielen anderen Ländern der Welt? Und wie viele Einsätze haben die sieben Kinder von Ursula von der Leyen hinter sich? Wie viele Einsätze für die Freiheit und Gerechtigkeit an der Front haben die sieben Kinder von Ursula von der Leyen ausgeschlachtet? Da muss man wieder sagen, dieselbe Antwort überall. Keine Einsätze, keine Kinder oder Söhne von Abgeordneten an der Front. Überall sind es dieselben Bauernopfer, die die Schlachten schlagen, die das Leben, das Blut an den Schlachtfeldern vergießen und dieselben Bauernopfer, die das Ganze auch in Deutschland, Österreich und anderen Ländern der Welt bezahlen dürfen. Das ist das Spiel der Macht und das Spiel der Macht ist mehr als 80 Jahre alt. Das Spiel der Macht ist mehr als 6000 Jahre alt und wird mit denselben Regeln Tag für Tag geflochten. Und dann kann man unsere großen Helden anschauen, unsere großen Vorbilder und Edole, wie sie mit den Staatskarossen transportiert werden von A nach B, fernab vom Pöbel, vom Volk, der am Schlachtfeld stehen darf. Fernab vom Pöbel, der das Ganze bezahlen soll. Dann schauen wir hin und dann können wir wieder fragen, wie viel verdient Herr Scholz, der sich für das, dass er sich nicht mehr erinnern kann? Wie viel verdient Frau Ursula von der Leyen dafür, dass sie brav eine Impfpflicht einführen will und ihre SMS brav löscht? Wie viel verdient denn Herr Selenskyj als Präsident, der am wenigsten verdient von allen Präsidenten auf der ganzen Welt und doch unser Held ist, der für die Freiheit kämpft und dass solcher, der dort am wenigsten verdient, Willen in der Toskana, Niederlassungen in Miami und Offshore-Konten auf den Panama Papers belegt, selber besitzt und innehat? Und da kann man viele Dinge weiterfragen. Wir können den Habeck-Klan in den Ministerien befragen. Wir können natürlich auch befragen Cem Özdemir, etc. viele andere deutsche Politiker. Aber überall werden wir dieselbe Antwort bekommen. Keine Sollt liefern sie ab. Sie stehen selber nicht an der Front, aber sie fordern, mehr zu geben für diese Gerechtigkeit, die sie fordern. Und dabei sollte jetzt eine Sache endgültig klar geworden sein. Wenn wir dagegen nichts machen, wenn wir uns weiter in dieser Opferhaltung drinnen halten lassen, wenn wir weiter sagen, ja, die da oben machen das und ich bin dagegen und die sind schuldig und das ist alles schlimm und schlecht, aber trotzdem nichts dagegen machen, uns nicht davon erheben, dann machen wir uns sogar ein Stück weit mitschuldig. Dann machen wir sogar aus uns in der Opferhaltung Täter, dass wir das Ganze gewähren lassen. Und das in vielen vielen Facetten, die wir tagtäglich in der Politik und im täglichen Leben sehen. Und dann können wir uns irgendwann auch nicht mehr mit den Ausreden begnügen, dass die da oben das ja einfach anschaffen und wir mitmachen müssen. Dass wir ja die armen Opfer sind von dieser üblen Politik. Dass wir den Krieg nicht wollen, die Impfung nicht wollen, die Klimakontrolle nicht wollen, etc. Aber wenn wir am Ende des Tages trotzdem mitmachen, im Förderwesen weiter wie eine Zäcke das Ganze absagen, aus der alten Welt nochmal das mitnehmen, um das dann in die neue Welt irgendwie besser zum Einsatz zu bringen, die vielen, vielen Ausreden, die wir vor uns selber haben, dann werden wir aber tagtäglich wieder in dieser Opferhaltung drinbleiben. Und deswegen müssen wir uns entscheiden, Opfer oder Schöpfer. Nicht Opfer oder Täter. Nicht Opfer oder Opfer, sondern Opfer oder Schöpfer. Und ich glaube, in diese Schöpferhaltung können wir jetzt hineinkommen. Wir stehen am Zeitpunkt des Umbruchs. Der Umbruch geht seit einigen Jahren jetzt. Wir stehen irgendwo so in der Halbzeit jetzt wahrscheinlich drinnen. Da kommt noch einiges auf uns zu und vieles haben wir schon überstanden. Und oft gelingt es uns nicht und wir rutschen in diese Opferhaltung immer wieder hinein. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns einfach entscheiden, Opfer oder Schöpfer. Und wenn wir eine neue Welt gestalten wollen, wenn wir von der alten Welt diese Dinge, diese Manipulativen, diese Korruptiven, diese Dinge an der Front, was tagtäglich passieren, nicht mehr haben wollen, wenn wir diese Ablenkungen, die Menschenleben kosten, nicht mehr haben wollen, dann müssen wir uns aber dazu entscheiden, endgültig in diese Schöpferhaltung reinzukommen. Ja, wir sind beseelte Wesen. Ja, wir sind Menschen mit einem göttlichen Funken in uns drinnen. Und diesen göttlichen Funken, den müssen wir endlich entdecken und leben. Und da müssen wir in die Eigenverantwortung reinkommen. Da können wir nicht länger sagen, ja, die anderen werden es schon richten und der ist die Schuld. Und wenn ich nur mehr Macht hätte. Nein. Heute, hier und jetzt muss damit Schluss sein. Heute, hier und jetzt muss die Schöpferkraft den Vorsprung bekommen irgendwo. Und dann können wir neue Dinge anpacken. Und dann werde ich jetzt schon wieder, weiß ich schon wieder, kommen ganz viele Kommentare unten rein. Ja, wie soll man das noch machen? Und da kann ich keine Antwort bringen. Ich kann nur meinen eigenen Weg gehen, den ich jeden von euch auch dringend ans Herz lege. Findet den Punkt, wo ihr genial seid. Findet die Sache, die euch erfüllt. Lebt die Isser-Ideologie, die für euch die richtige ist und bringt das zum Ausdruck, was euch irgendwo ausmacht. Und dann wird der Erfolg sich automatisch einstellen. Und das in vielen Bereichen. Nicht nur auf monetärer Hinsicht, wo jeder sofort hindenkt, sondern vor allem in jenen Bereichen, auf die es wirklich ankommt. Auf die menschlichen Aspekte. Auf die Aspekte, die das Zusammenleben, das menschliche Zusammenleben erst ausmachen. Und dafür ist in meinen Augen jetzt die Zeit. Jetzt oder nie. Kann man dazu ganz klar sagen. Ja, wir bei Invest Invest verbinden die Dinge. Und heute ist Sonntag. Und Sonntag ist immer Mindset-Tag, wo natürlich ganz klar der Schwerpunkt beim Hannes liegt, wo eben es darum geht, Dinge wieder zu verbinden, auf Dinge hinzuweisen, wo vielleicht viele Investoren nicht hinschauen. Denn man muss auch neben den ganzen Skills, den man hat, wenn man weiß, wie man auf der Börse richtig handelt, wenn man weiß, wie man einen Trade umsetzt oder ein Investment umsetzt oder wie man weiß, wie man gute Firmen findet, muss man aber auch da oben richtig fit sein und beziehungsweise auch Schöpfer sein. Und eine Welt, die wirklich eben geneigt ist, zu opfern. Eine Welt, wo einfach Leute die Opferhaltung gehen, wo man einfach die Rehungslosigkeit spürt, wo alle Menschen einfach besonders während der Corona-Zeit irgendwie das Gefühl hatten, es entgleitet ihnen alles. Genau das heißt es, anzutreten, eben hindurch zu gehen, das Problem anzunehmen und zu sagen, nein, ich kreiere die Welt mit, ich gehe weiter, ich mache aus mir die beste Form, die es gibt. Und genau darum geht es, bei diesen Mindset-Videos und eben die Finanz-Videos das Ganze zu kombinieren, um einfach aus euch, den besten Mensch und auch den besten Investor zu machen. Und Hannes war wieder genial heute am Sonntag, macht viel Spaß, Daumen nach oben und kommentieren, was ihr von diesen Videos haltet, aber das Feedback letzte Woche war ja schon klasse. Vor allem die Videos teilen würde mir ganz viel Freude machen, denn dann, glaube ich, kann ein größerer Blick auf das Ganze irgendwo breite Kreise schlagen. Eine Sache muss uns klar sein, mit Herz und Verstand werden wir diese Zeit prägen. Mit Herz und Verstand machen wir den Unterschied und damit, glaube ich, lasst es sich auch jeden Tag dann ein Stück weit besser leben. Wir können von der Zuversicht in die Zukunft schauen, das muss jedem klar sein. Auch wenn viele Herausforderungen, viele Ansprüche von uns warten, aber wenn wir immer wieder klar nach oben schauen, mit Herz und Verstand, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen, dann, glaube ich, wird es in der Zukunft fantastisch sein. Und das liegt am Ende des Tages allen uns allen an uns Schöpfern, die wir alle sind. Mit Herz und Verstand die Zyklen annehmen und deswegen vergessen wir bitte nicht, dass gerade die Zyklen dieses Jahr und die nächsten paar Jahre ganz bestimmt nicht schlafen dann. Und wir bei Invest in Best nutzen nicht nur am Sonntag die Chancen in dieser epochalen Zeit. Wunderschönes Wochenende und dann bis Dienstag. Tschüss.